Wer waren die Drahtzieher? Wer ist für das Massaker verantwortlich? Werfen wir nochmal einen Blick zurück. Anfang der 60er Jahre. Die Allianzen zwischen den italienischen Parteien zerbrechen genauso schnell wie sie entstehen. Eine Regierung löst die andere ab. General de Lorenzo ist Leiter der Operation Gladio. Der Carabinieri-Chef hat aus dem militärischen Geheimdienst eine wahre politische Polizei gemacht, die Akten über alle einflussreichen italienischen Bürger und die gesamte politische Klasse erstellt. Juli 1964. Die politische Lage in Italien ist kritisch. Wie durch ein Wunder finden die herrschenden Parteien jedoch eine Lösung. 1967 berichtet die italienische Presse, diese glückliche Fügung habe einen Militärputsch vereitelt, von dem der damalige Staatspräsident sehr wohl gewusst haben soll. In diesem Zusammenhang fällt auch der Name von General de Lorenzo, dem italienischen Freund von Mark Wyatt, der Nummer zwei des CIA in Rom und dessen Pate an der Spitze von Gladio. So, De Lorenzo truly was a remarkable man, and in my position, I thought he was, he had a brilliant mind, he was receptive to ideas, he, at times, he was flamboyant, as you know, he wore a monocle. And you were not aware that he was planning to make a coup d'etat? Good heavens no! We would have backed out of everything, if we had the vaguest idea. Did you tell the director of the CIA, did you tell him that you should close Gladio? Many, many reports went back that it's outlived its usefulness, and it could be, but bureaucracies are bureaucracies. It never happened. Ist es wirklich möglich, dass die amerikanischen Freunde nichts von den Plänen des Gladio-Chefs wussten? Denn immerhin wurde Gladio nach und nach von anderen Organisationen abgelöst. You have to remember that, you have to, these things are always at least two perspectives. One is the CIA's view of things, and the other is the local view. While the CIA was beginning to realize that these stay-behind operations were of no significance, except that they served as a network to keep strong anti-communist people together and to keep them motivated, it was almost like a club, a fraternal organization. Der Club trifft sich ein Jahr später im Hotel Parco dei Principi in Rom. Ein seltsamer Kongress, der vom Institut Pollio organisiert und von einer Kamera festgehalten wurde. Alles, was in der italienischen Rechten Rang und Namen hat, ist vertreten, um eine Strategie gegen den Kommunismus auszuarbeiten. Militärs, Politiker, unter ihnen Stefano delle Chiaie und der zwielichtige Journalist Guido Gianettini. Sì, this conference is del 1965 and it was the goal of showing the penetration of the left yankees in the media industry, und in vielen anderen Bereichen der Italienischen Welt. Es ist nicht nur in Italien, sondern auch in Italien, sondern auch in der Revolutionärischen Welt, oder in der Nord-Ortodosse, wie sie die militärischen Welt definierten. Und so, alle Erfahrungen sind bequen, die technische, die man die Arbeit der Revoluzionäre der Comunischen in Occidente. Infatti il convegno dell'Istituto Poglio è questo, alti vertici militari teorizzano la guerra rivoluzionaria da parte del comunismo come una terza guerra mondiale che fosse già in atto, era quindi necessaria una guerra contro rivoluzionaria per poter contrastare questa avanzata, i mezzi potevano giungere fino allo straggismo Certamente devo dire che fra le relazioni forse quelle più frequenti in un modo o nell'altro concernevano l'Algeria, concernevano l'Indocina, però altre erano relativi alla Cina Rossa erano relativi al Sud America, all'Africa, quindi non in maniera particolare certamente hanno avuto un'influenza e io stesso se non sbaglio ho terminato la mia relazione dicendo che bisogna muoversi per reagire a questa penetrazione perché altrimenti ho parlato, io ho terminato con le parole di Susanne, il è mon 5 Beim Polio-Kongress ist neben Gianettini und Dele Chiaie auch Pino Rauti vertreten Auch er gehörte zu den Verdächtigen des Attentats auf der Piazza Fontana, bis er von allen Anschuldigungen freigesprochen wurde. Der ehemalige Freiwillige aus Mussolinis Truppen war Vorsitzender der neofaschistischen MSI. Als ihm diese zugemäßigt wurde, gründete er die extremistische und nazifreundliche Bewegung Ordine Nuovo. Il congresso era un congresso di studi, precisiamo, era un congresso di studi sulla poliedricità della guerra sovversiva o guerra rivoluzionaria che dir si voglia portata avanti dal comunismo in tutto quanto il mondo. Il comunismo ha cambiato tattica, non attacca più frontalmente le strutture degli stati nel mondo occidentale, si insinua in queste strutture ma è un perfetto strumento bellico che lavora ogni giorno. Quindi tutti gli strumenti anticomunisti di tipo classico non hanno ancora preso a pieno coscienza di questa realtà. Su questa realtà invece accentrati sui lavori quel lontano convegno del 1965. Nach dem Polio-Congress in Rom verfassen Pino Rauti und Guido Gianettini ihr Buch Die rote Gefahr bedroht die Armee. Diese subversiven neofaschistischen Schriften waren in großem Maße von den Verfechtern des französischen Algerien beeinflusst, von denen viele nach Rom geflüchtet waren. All'epoca, intorno al 62, 63, una parte dei servizi italiani ha in qualche modo appoggiato l'OAS. E siccome l'OAS era appoggiato anche dagli americani, evidentemente anche da prima, probabilmente l'appoggio degli americani ai servizi italiani ha in qualche modo appoggiato già da prima, appunto per esempio con operazioni dell'OAS. Der Kongress bringt aber nicht nur das Buch, sondern auch eine neue paramilitärische Organisation hervor. Amos Piazzi, Artilleriegeneral. Sein Büro ist ein wahres Museum. Eine Hommage an seinen Vater, einen Mitarbeiter Mussolinis. Eine Hommage an Mussolini, an Junio Valerio Borghese, an Admiral Dönitz, den in Nürnberg verurteilten Nachfolger Hitlers. Und eine Hommage an die Legionäre. Ende der 60er Jahre war Amos Piazzi oberst der italienischen Armee. Verso la fine degli anni 60, all'inizio della contestazione, 67, 68, così più o meno, per motivi che poi discuteremo, vedremo, è arrivato l'ordine, la disposizione, di mettere in piedi una organizzazione a carattere però non più Nato, ma nazionale e dipendente non dalla Nato, ma dallo Stato Maggiore Esercito, che prevedeva in caso di invasione del territorio nazionale una rete di guerriglia e di controguerriglia. Sono stato giudicato idoneo per coordinare in Verona e provincia un nucleo di 50 persone, di 50 gladiatori. Gladiatori, scusatemi, legionari, questi si chiamavano legionari, non gladiatori, legionari. Allora, questa organizzazione organizzata appunto su guerriglieri veri e propri, trasmettitori, raccoglitori di informazioni, talpe e staffette, era stata affidata localmente in ogni città a...